Der Ort Apigliano, dessen bedeutendste Reste sich ungefähr 2 Hektar Land weiter schrecken, ist ein mittelalterliches Dorf der Terra Dothranto, das zwischen 14. und 16. Jahrhundert verlassen wurde. Im Ortsinneren gab es ursprünglich 4 Kultstätten, aber heute bleibt nur die Kirche des Heiligen Lorenzies übrig. Die Kirche reicht ins Mittelalter zurück und erhalten sind heute nur noch die Überreste des ursprünglichen Fussbodens, große Kalpenitz-Steinplatten, unregelmässiger Form mit geschliffener Oberfläche. Sie wurde 1582 abgerissen und später wieder aufgebaut, wie man eine Inschrift auf Griechisch auf dem Stützbalken des Eingangs entnimmt. In dem in der Nähe liegenden Raum gibt es 60 Gräber und 24 Ossarien. Es handelt sich wahrscheinlich um einen richtigen Friedenhof. Mittelalterlichen Gewohnheiten zufolgend wurde die Kleinkinder in unmittelbarer Nähe zum Dach der Kirche begraben, damit das gesegnete vom Dach fallende Wasser den Begräbnis Städten eine zusätzliche Segnung verzicherte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017